herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft in der letzten folge haben wir angefangen den thronsaal zu bauen und mit der wolle haben wir schon mal die form markiert aus immer schon das podest auf dem der truhen von dem könig steht gebaut und dann würde ich sagen machen wir jetzt mal mit der empore weiter und Vielen Dank. Vielen Dank. Huh, Magie. Ich kann das Wasser verschwenden lassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Okay, so. Dann das Dach. Dann können wir hier ein paar kleine Fenster reinmachen. Dann kommt ein bisschen mehr Licht rein. Da würde ich dann wieder die Vorkombination von da verwenden. So, das ist natürlich schon besser. Ja, da haben wir kleine Lichtbugs, aber das ist jetzt halt so. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sieht jetzt eher aus wie eine Kirche Ja, so ist besser, dass das Kreuz daraus ist Weil es ist ja keine Kirche, es ist ein Thronsaal Dann würde ich sagen, kommt hier hinten auch noch ein Fenster rein Ja, so ist besser, dass das Kreuz daraus ist So Okay Ich würde sagen, so weit, so gut In der nächsten Folge kümmern wir uns dann mal darum, dass hier noch ein wenig Beleuchtung drin ist mit Kronleuchtern Machen die Ansicht von außen noch etwas hübscher Ich würde sagen, wir sehen uns dann, bis dann Okay, wir sehen uns dann, bis dann, bis dann!